So lo lo! Willkommen zu einer Folge Minecraft Schlüssel hier auf meinem Kanal, ja. Willkommen zu einer Folge Minecraft Schlüssel zur neunten Folge der Episode des ultimative Projektes Minecraft Schlüssel, jo mei, ja. Meine Folge, die ich nicht gesehen habe, da mich im Flow irgendwie, wollte mich betrügen und sowas, aber muss ich unbedingt rechts oben bei mir auschecken, wie auch alle anderen Folgen rechts oben beim iO auschecken, jo mei, da ist nämlich eine Playlist, jo mei. Äh, genau, ich hab nicht gefragt, ich hätte, stimmt, ich hab gesagt, ich hätte noch, ich hätte vielleicht meinen Banner in meinen Schild hier, einen Österreich-Banner reinmachen sollen, aber Leute, hier, boah, okay, es läuft sich schon länger her, jo mei. So, also, wir haben jetzt sechs Keys, ja, Leute, also ich hab so einen kleinen Plan mittlerweile aufgeschrieben, der vorherige Folge hatte ich nicht wirklich einen Plan, ja. Äh, genau, das heißt, der Plan, unser, mein Plan ist, weil vorherige Folge ist nämlich, also ich Floh anscheinend irgendwas, ich weiß, oder Floh hat irgendwie poisonous water zu easy gegeben, ihr könnt es in den Kommentaren schreiben, was da passiert ist, ich weiß selber nicht. Ähm, nämlich, äh, easy ist irgendwie gestorben von Floh oder so, und easy hat drei Keys gehabt, Wither, äh, Natur und Eis, ja. Also, äh, ich glaub, Natur sollte jetzt respawn sein eigentlich, und, genau, das heißt, wenn ich alle drei Keys hole, was wahrscheinlich nicht der Fall werden soll, äh, ist, hab ich neun Keys, ja. Ich weiß nicht, wenn, wenn ein zehnten Key hat, aber, oh, was sind das für vier? Oh, okay, machen kein Damage hier, alles klar, okay, lol, okay, bam, bam, lol, nice, ich krieg auch, ich krieg auch richtig viel, äh, Leben von dir, äh, richtig viel XP, das heißt, wir können die Folge den Dings schon machen, und, Leute, der macht gar nicht so viel Damage, das heißt, wir können die Folge die Angel schon machen, das heißt, wir kriegen die Folge eventuell schon ultimativen Bogen, nice, perfekt. Okay, der hält, glaub ich, ein bisschen mehr aus hier, so, bam, 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 unser, unser Schwert macht einfach genau 18 Damage oder so, nice, Leute, perfekt, nice, bam, oh, der macht auch viel Damage, nein, böse, bam, 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 und bitte den Rüstungsteil. Oh, ich hab den Schlüssel, okay, ich hab meinen Schlüssel, perfekt, 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 hab ich irgendwas, ist noch irgendwas gedroppt worden? Nee, oder? Nee, kein Rüstungsteil, ich glaub, ist das, ist das, ist das möglich, dass ein Rüstungsteil, äh, gedroppt wird, wohl gesagt, ja, oder? Äh, okay, Jade, ich weiß nicht, ist Jade besser als Dings, ein Helm, warte, schau mal, Helm, drei, der macht auch drei, okay, äh, ist, äh, okay, nee, ich glaub, Jade ist, ist nicht so gut, denk ich, Okay, wir haben Dschungel Recycling's bekommen, alles klar, äh, ich glaub, ich wirf die mal weg rein, theoretisch, oder ich kann die eigentlich wegwerfen, ja, so, perfekt, okay, das heißt, wir haben, wie viel Schlüssel haben wir jetzt? Wir haben, ähm, nee, wir haben sieben Schlüssel, okay, perfekt, Leute, das heißt, irgendwo da vorne sollte mein Flugzeug eigentlich sein, wenn nicht, wir können eigentlich gleich weitergehen, äh, perfekt, perfekt, okay, das heißt, wir könnten eigentlich gleich weitergehen, das heißt, Flugzeug, äh, ist jetzt, glaub ich, weg oder so, ich weiß nicht, wo, doch, ne, da vorne ist ein Flugzeug, äh, das heißt, ich geh jetzt, glaub ich, zum Ice-Tample, Oder so, oder, warte, ich glaub, ich geh mal nach Hause und, und ich glaub, ich hab mal Ende der Folge enchantlich die ganzen, die ganzen Sachen, aber ich glaub, ich brauch noch Schatten, ich glaub, oder ich schau mal am Spawn, ob das Schatten es ist, und dann schauen wir vielleicht weiter, ja, genau, was ich die Folge ansprechen wollte, ist, dass, oh, ich bin grad gegen den Baum geflogen, nein, äh, was ich die Folge ansprechen wollte, ist, dass ich, dass, dass nämlich ein Zuschauer, hab mir letztens eine E-Mail geschickt, ja, äh, wo, 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 äh, wo er irgendwie aus Betreff geschrieben hat, und dann hat er so gesagt, also nachher ist er unten in der Beschreibung drin gestanden, ähm, von meinem Minepad gesendet, ja, und da hab ich mir gedacht, äh, geht das wirklich, kann man, äh, E-Mails am Minepad senden, meine Zuschauer hab ich schon mal, ich hier so, äh, äh, eine E-Mail von, äh, also, die hat mir eine E-Mail geschickt, und hier ist der Spawn, äh, vom Kühlschrank, warte mal, Leute, ich, äh, warte mal kurz, Sekunde, das ist Flo, Oh ja, kann ich hier so, so ein Dings machen? Oh mein Gott, Oh mein Gott, hat das Flug gesehen? Oh mein Gott, Tiefflug, hat das gesehen? Oh mein Gott, Oh mein Gott, warte, kann ich in den Flug reinfliegen, geht das? Nein, Nein, es ist so witzig, nein, ich hab nicht, ich hab nicht so viel, äh, Fuel, oh oh, böse, 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 schnell runter, 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 schnell, nice, äh, so, mitnehmen, perfekt, 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 so, 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 ich bin da fliegende öster, österreicher, so, perfekt, okay, lass das Ding schnell hier rein, okay, Leute, ah, okay, wir sind schon wieder sehr gut dran, ja, wir haben jetzt sieben Keys, genau, perfekt, okay, das heißt, äh, genau, hier haben wir jetzt Luck of the Sea, ja, und, äh, genau, Protection haben wir auch noch, Luck of the Sea, gehe jetzt, gebe ich jetzt auf die, äh, Dings hier drauf, perfekt, und, äh, was sind Schatten, wir haben Protection 3 noch, äh, Chestblade würde ich sagen, Chestblade, geht das? Chestblade, nice, es geht, es geht, es gibt die Fekte, okay, jetzt werden wir die Chestblades upgraded, und, so, sage ich, ich lage jetzt noch immer noch schon meine ganzen Sachen her, was ich brauche, hier, so, bam, bam, Taser vielleicht, Taser könnte ich vielleicht brauchen, eventuell, äh, das heißt, so, äh, LARPes brauche ich nicht, da, 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 aber, wir gehen jetzt, glaube ich, mehr oder weniger, ich schaue mal, wo wir hingehen könnten, weil, äh, genau, perfekt, 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 ah, genau, was ich noch craften hier wollte, ist, man kann jetzt so eine, äh, Tripmine hier, also so eine Mine bauen, äh, genau, ich sehe drei Minen, und jetzt bin ich echt in der neugierigen, ob das auch funktioniert, genau, das heißt, wir, äh, schauen jetzt mal, dass wir die, äh, und ultimativen Boden kriegen, weil, deswegen habe ich mir auch die eigentlich hier gecraftet, dass wir, ähm, so ein Weltkampf-Dings haben, und, äh, Leute, warte, ich komm, oh mein Gott, es ist, ähm, Leute, mir ist gerade noch ein Flieger in den Mund flogen, Leute, okay, Leute, das schönste Projekt, den wir haben, oh nein, jetzt die, jetzt die Fliege auf ein, ah, Leute, okay, ähm, okay, es geht weiter, ich habe noch ein Gump, Gump, oder? Leute, ignoriert das, es ist, war nur gerade eine, okay, äh, Fliege ist, glaube ich, weg, Leute, äh, nein, es ist legit, gerade, äh, einfach eine Fliege in meinen Mund geflogen, okay, weg, böse Fliege, böse Fliege, okay, ich muss mich konzentrieren, und wo ist jetzt mein, oh, hier sind sie, okay, das heißt, ich habe Minen, Dings, und, äh, so, hattest du schon einen Schlüssel? Ähm, ja, ja, habe ich, okay, ich habe auch die, war easy, okay, ähm, so, das heißt, wir fliegen jetzt Richtung, äh, Dings, ja, und dann kann ich hier gleich die, äh, Story weitererzählen, beziehungsweise die, äh, kleine, äh, Business-Show mit Julian, ja, genau, äh, das heißt, ich fliege mal hier jetzt rüber zu, äh, Aqua-Temple, und, genau, da vorne, also, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, weil wir gehen jetzt da vorne hin, und angeln jetzt ein bisschen mit der Angel, hoffentlich gekommen in den guten Bogen, wir haben gute Enchantments, und, genau, eins, was ich sagen wollte, ist, äh, ein Fan hat mir auch schon mal eine E-Mail geschickt mit einem Kühlschrank, also wirklich gestanden, vom Samsung Kühlschrank, äh, äh, gesendet, ja, wie kann man von einem Kühlschrank hier, oh mein Gott, ein First Person ist richtig komisch, wie kann man von einem Kühlschrank hier, eine E-Mail senden, Leute, geht das, bei euch habt ihr auch so einen Kühlschrank, geht das legit, weil ich brauche mich mal hier, äh, bisschen nach vorne, geht das legit, ich glaube, ich muss die Sounds ein bisschen höher stellen, äh, kann man über einen Kühlschrank irgendwie E-Mail senden, geht das, aber wenn man E-Mail senden kann, kann man dann irgendwie auch, äh, Mindshift spielen oder so, oder Fortnite spielen, legit, das wäre eigentlich geil, peace, okay, bei mir ist sie, glaube ich, nicht, muss ich mal schauen, falls ihr irgendwas seht, oder irgendwas bewegen, seht, schreibt es unbedingt in den Kommentaren, okay, 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 ein Friedensvertrag, oder, alles klar, und ich muss jetzt hier drauf schauen, falls das runter geht, und wenn das runter geht, dann einmal rechtsklick drücken, dass ich hier, die, äh, Dings, äh, gehe, okay, ja, bis zum letzten, okay, Friedensvertrag, alles klar, äh, genau, nämlich, äh, was ich noch ansprechen wollte, ist generell, wenn wir schon bei Future Tech sind, ähm, VR-Brillen, und Leute, ich dachte schon, wie da vorne hieß er, ähm, und, hä, da vorne, Leute, da vorne hat es gerade einen Beweg bei dem Baum, oder, ich warte mal, ich schau mal, dass ich schnell hier, äh, angle, äh, wenn wir schon bei Future Tech hier so sind, äh, ist es nicht, gibt es, es gibt jetzt irgendwie so VR-Brillen oder so, weil ich habe auch eine VR-Brille, also wer nicht weiß, wenn eine VR-Brille, äh, was eine VR-Brille ist, man kann da praktisch, die setzen so eine Brille, die setzen dann auf, so ein Gerät, am Kopf, und nachher, ähm, ist er praktisch im Spiel drinnen, ja, es gibt auch VR-Minecraft, ich habe sogar ein VR-Video hier schon mal gemacht, also ich kann es mal rechts oben im I verlinken, also schau, check es unbedingt mal ab, ähm, also es ist richtig cool, und, wie gesagt, ich habe selber eine, also eine VR-Brille, und, ja, also es gibt auch solche Geräte, wo man schon gehen kann, oder so, und, äh, also wo man wirklich ingame, man fühlt das Spiel, verstehe, und dann irgendwie Minecraft so ein Hardcore-Projekt zu spielen, wäre mega cool eigentlich, und warum? Herr Angel, warum, warum angelst du nicht? Wo, wo sind die Fische? Herr Angel? Herr Angel? Ich weiß, du willst das. Herr Angel? Böse. Äh, lass mich angeln. Herr, warum angel ich nicht? Ich habe echt Angst, dass hier keine Compte irgendwie. Herr, ist das so, ist das bugt? Dass man nichts angeln kann, geht das? Sie werden nicht keine Rot-Versuchen, also so Rotten versuchen, wie in Minecraft-Pvp, so schlagen und so. Also so, ich kann auch nicht. Leute, ich bin schlecht im PvP. Aber, äh, kommt mal, wie gesagt, zum Thema VR-Brille, könnt mal in die Kommentare schreiben, ähm, könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch eine VR-Brille habt, oder wie sich VR-Brille findet, weil ein Freund hat mir letztens erzählt, dass es so ein Dings gibt, dass es so, so, schon so, ähm, VR-Kontaktlinsen gibt, und, äh, ich kann jetzt gerade, kann, kann ich F5 drücken, weil ich muss hier, äh, Fische fangen, ja? Und, genau. Also, äh, dass es so Kontaktlinsen gibt, das ist wie praktisch eine VR-Brille, nur kann man da halt praktisch, äh, also es ist Kontaktlinsen als VR-Brille, ja? Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber irgendwie soll das anscheinend funktionieren, und worum gehst du nicht runter? Meister Angel. Ich geh mein Boot craften rein, theoretisch. Ich weiß nicht, ob der See, der See ist, glaub ich nicht. Nein, ich glaub, das wird nichts. Also wir können vielleicht nächste Folge nochmal versuchen, hier, ein, äh, bisschen zum Angeln, aber diese Folge wird jetzt nichts mehr, okay? Äh, das heißt, so, äh, wir schauen jetzt, dass ich hier weiterkomme, und, genau, also, lassen wir hier den Wilder-Dings gehen, kann man vielleicht, ja, wie gesagt, nächste Folge hier schauen, und, genau, ich glaub, der Wilder-Temple ist eh direkt da, also, es sollte eigentlich direkt da sein. Mal schauen, ob irgendwie Toops, Isi oder Floch hier irgendwie den, vergessen hat, den Ender-Dragon-Kopf zum abbauen. Das wär, der, sehr deliziös, Leute. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Okay, Rammstoff rot, Isi war schon mal drinnen. Doch, ist leer. Und der Ender-Dragon-Kopf ist noch da, nice! Also, irgendwer, wer den hier gehabt hat, hat hier gefehlt, ja, und hier ist ein Wilder-Dings. Also, ich kann mir nur Wilder-Ding theoretisch, äh, beschwören, ist ja eigentlich cool. Das ist wirklich ein scary Skeleton. Alles klar. Kann man irgendwas aus dem Wilder-Skull machen? Ja, Valentines-Block. Was ist ein Valentines-Block? It will never threaten to stab and you in fact cannot speak. Hä, was ist ein Valentines-Dings hier? Das ist Obsidian. Äh, könnte rein theoretisch in den Ender gehen. Was nicht zu empfehlen wäre, ja? Okay, wir könnten, okay, wir haben Crafting-Table, egal. Okay, das heißt, der Tempel ist weg. Das heißt, wir können mal schauen, dass wir vielleicht Eis-Tempel gehen. Ich glaube, End-Tempel hat auch irgendwie schon Floh oder so gemacht. Okay, wir haben nicht mehr viel. Äh, schnell hoch hier. Ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch. Und wir müssen Eis-Tempel rüber gleiten, weil der Flugzeug ist gleich leer. Denke ich. Und es ist leer. Okay, pass, 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 pass. Hier irgendwo sollte der Eis-Tempel eigentlich sein. Okay, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Wo ist der Eis-Tempel? Oh mein Gott, Leute, das ist ja gerade Dings. Oh, 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 oh. Jetzt, 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 jetzt gehe ich gerade runter. Okay, äh, ich glaube, das war's. Hi, Izzy. Ich glaube, das war's mit dem Flugzeug. Oh nein, 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 nein. Ich kann vielleicht noch runtergleiten. Aber wo ist der Eis-Tempel? Das sollte eigentlich hier oben irgendwo sein, oder? Nee, weiter drüben, glaube ich, oder? Ich suche keinen Streit, sagt Floh. Und die sind die Wolkenleiter. Ich muss, glaube ich, die Wolken weiter nach oben stellen. Äh, Wolke, die Molke, die Dolke. Ich glaube, wir müssen zu Fuß weiter, oder? Kann ich kleiden? Weil die Wolken sind so... Nee, nee, das war's, glaube ich. Ich meine, ich könnte es abbauen. Weil ich glaube, dann explodiert es, oder so. Ja, es ist down. Oh mein Gott, wie viel Eis habe ich bekommen? LOL. Warte mal. Ich könnte... LOL. Leute, mal. Oh mein Gott, habe ich eine gute Taktik gerade herausgefunden. Oh mein Gott, Leute, okay. Äh, ich habe eine Idee. Das Beste... Oh mein Gott, Leute, der Taktik ist so gut. Oh mein Gott. Ich kann mir um 100... Schau, Leute. Ich kann mir um 100 Dings, um 100 Dollar ein Flugzeug kaufen. Das Flugzeug zerstören. Und nachher... Äh, warte, wo fliege ich hin? Irgendwo eh gerade. Richtung Spawn oder so. Ähm. Ich glaube... Nee, ich fick ihn in die falsche Richtung, oder? Hier irgendwo. Genau, hier irgendwo sollte es spawn sein. Ich könnte mir ein Flugzeug kaufen, weil ich habe gerade zweieinhalb Stacks bekommen. Ich könnte mir... Und hier ist der Eis-Dings. Mal schauen, ob der schon gelootet ist. Oh, ist er? Ich denke schon. Und nachher irgendwie... Äh, für 100 Dollar was kaufen? Oh ja, Tatsache, er ist gelootet. Ähm. Für 100 Dollar könnte ich ein Dings kaufen. Äh, ein Flugzeug. Nachher, äh, kriege ich zweieinhalb Stacks raus. Und nachher zweieinhalb Stacks kann ich wirklich komplett alles, äh... Kann ich Profit machen? Ich glaube, ich kriege nur so 300 Dollar oder so raus. Oh mein Gott. Okay, das ist eine gute Idee. Äh, so ein Panel. Kann man jetzt irgendwie uncraften oder so. Äh, aber wo ist der Spawn, ist die Frage. Ich sehe doch, da ist der Spawn. Okay. Das heißt, ich gehe direkt hin. Ich habe zwar leider nur, äh, kein Dings mehr. Kein... Oh, ich hoffe, es ist jetzt keiner dort. Wer ist das? Tups ist das, oder? Links unten. Tups ist das? Oh nein, Tups sieht mich. Okay. Okay, pass, 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 pass. Ich habe mich gesehen, oder? Oh, hier ist Tups. Ich fuh. Oh mein Gott. Er hat full, er, full, er, full Dingsrüstung. Oh mein Gott, er hat full Dingsrüstung, oder? Hallo? Er soll weggehen, er soll weggehen. Hinter dir, Flo. Hinter dir. Ich fuh. Es Tups, es Tups. Okay, warte mal. Perfekt. Ich glaube, Flug im Deck. Okay, 10 Minuten bis vor folgenden Ende. Okay, warte mal. Ich glaube, die... Ich kenne mich eh gerade hier. Oh mein Gott, Leute. Ich kriege so viel Geld. Oh mein Gott, die Strait ist gut. Okay, warte mal. Okay. Das heißt, ich kaufe, glaube ich, noch mal ein Dings. Um 100, ein Flugzeug. Und ich weiß nicht, was es kostet. 80. Das heißt, du hast noch mal. Oh mein Gott, das ist ein Flugzeug. So. Jetzt erst das noch mal. Und genau, Sportplane. Wir müssen, glaube ich, drei Stacks oder so rausbekommen. Also mehr als genug. So. Warte mal, glaube ich, ich muss das hierhin hinstellen. Funktioniert das? Kann ich das hierhin wieder draufstellen? Ich glaube, auf Gras oder so. Wo ist das? So. Perfekt, 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 Leute. Oh mein Gott, die Strait ist so gut. So, pass. Okay, warte. Ich brauche noch eine Wrench. Ich brauche noch eine Wrench. Ich brauche eine Wrench. Wrench, 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 Wrench. Ähm. Und da kann ich mir, glaube ich, instant alles holen. Und da ist Trops. Okay. Äh. Pass, pass, pass. Perfekt. Okay. Äh. Das heißt, ich mache das auf, zerstöre das wieder, verkaufe das ganze Eisen und gehe wieder weg, okay? Das kann ich, glaube ich, die nächste Folge auch noch machen. Dann habe ich Full Enderumrüstung oder so. Alles klar. Okay. Passt perfekt, perfekt, perfekt. Nice, okay. Das heißt, hier ist Eisen. Den Rest brauche ich, glaube ich, eh nicht. Okay. Das heißt, Eisen kann ich wieder easy verkaufen hier. Äh. So, okay. Das heißt, hier kann ich mein ganzes Geld hier reingeben. So, bam, 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 bam. Und. Perfekt, Leute. Okay. Äh. Das heißt, so. So, Leute. Manchmal schon mal schon. Hier, Eisen. Okay. Mal schauen, dass hier keiner kommentieren. Nein, Flussl weggehen. Flussl weggehen. Weg. Was ist mit ihm? Okay. Ich habe ihn getetet. Oh nein. Ah, Flo mich getetet. Hä? Oh, was ist das? Ich habe. Ich habe Dings. Oh nein. Ah, okay. Gewert. 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 Leute, ich habe mich. W.I.S.D. bei mir. Es muss nur weggehen, oder? Nein, nein, nein. Böse. Tops soll weggehen. Okay, er muss weggehen. Er muss weggehen. Okay, okay. Leute, ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg, Leute. Okay. Okay, Flo. Flo, es gibt Rachen. Flo. Okay, es muss Rachenflo geben. Jetzt will ich schon zwei Herzen, Tops. Muggers. Leute, okay. Unsere Taktik geht auf. Wir könnten vielleicht nächste Folge noch hier weitergehen. Okay. So, das heißt, wir haben wieder Geld. Okay, wie viel Geld haben wir jetzt? Und genau, hier ist die Box mit Geld, okay? Das heißt, hier ist die Box mit Geld. Okay, wir haben jetzt wieder richtig viel Geld. Das heißt, wir verkaufen noch ein paar Mal Eisen hier. Das ist einfach so gut, die Taktik. Okay. Okay, Ender Dragon Kopf hätten wir auch noch verkaufen sollen. Wir haben einfach kein Essen mehr, Leute. Perplexity. Wie gut ist ein Perplexity hier? Man kann aber nichts machen. Okay. Ich glaube, ich gehe noch einmal hin hier. Aber nicht mit meinen vollen Dings hier. So, mit meinen ganzen anderen Sachen. Und kaufe vielleicht noch mal hier das. Und so. Perfekt, perfekt, perfekt. Ah, passt, 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 passt. Okay, ich versuche es noch einmal hier. Okay, so. Okay. Wie gut ist denn einfach Perplexity? Okay, warte mal. Ich verkaufe noch schnell. Hier ist Dings. Hier ist Flo. 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 Okay. Er hat gehittet. Weg. Er soll weggehen. Okay. Pass, pass, pass. Er soll weggehen. Er soll weggehen. Okay. Hinter ihm ist Flo wieder. Okay. Pass, pass, pass. Flo ist halt extrem gut gerade. Okay. Warte mal. Muss ich doch demnächst ein Sportplane kaufen. Okay. Er schreibt okay. Ich weiß nicht. Ich crafte, glaube ich, mit einem Opal-Chestplate. Ich weiß nicht, ob Dings so gut ist. Weil wir mit 125. Ich weiß nicht, ob sich das alles ausgeht. Wir könnten eigentlich easy Profit machen. Wenn wir das nächste Folge komplett ganze Folge machen, haben wir irgendwann in deren Dings. Okay, warte mal. Ich glaube, ich kaufe jetzt erstmal Perplexity, okay? Dass Flo hier auch leiden, wissen kann, wie ich darunter gelitten habe. Okay. Wo ist Perplexity? Perplexity, Perplexity, Perplexity. Wo ist Perplexity? Hier sind wir Perplexity. Wo hat ein Flo Perplexity gekommen? Iron Skin? Slow Things? Revival? Random Positive Effect? Ich kann mal hier, ähm, was kann ich ihm geben? Iron Skin? Irgendeine schlechte Potion? Äh, Service Teleport? Spawn Teleport? Haze? Ich glaube, das ist der gute Trailer. Dann gibt es irgendwie, glaube ich, noch den hier. Den Magier. Wo es, glaube ich, auch Potions gibt, oder? Gibt es da Potions? Perplexity. Woher bekommt man Perplexity ist die Frage? Okay, warte mal. Ich glaube, das sind eh jetzt weg oder so. Okay, ich glaube, ich kaufe mal, äh, ich kaufe mal, äh, Black Opal. Obwohl Enderium, ich weiß nicht, ob ich Enderium, Enderium kostet halt viel zu viel. Äh, ich meine, wir könnten sparen, ja? So. Hä? Overlords? Enderium? Was? Alles klar. Ich habe es ja auch für einen Achievement kommen. Okay, wir müssen noch ein paar Mal, äh, doch, äh, doch, es lohnt sich, doch. Äh, das heißt, ich gehe noch mal zurück. Ich weiß nicht, wie, wie lange noch die Folge geht. Ich glaube, noch ein paar Minuten. Ähm, hole noch ein bisschen Geld und nachher machen wir Dings. Okay, fünf Minuten noch bis zum Folgenden Ende. Äh, paar, äh, bisschen Geld hier. Nachher machen wir einfach das, äh, dann rollen wir einfach komplett durch, Leute, ja? So, das heißt, so. Perfekt, perfekt, perfekt. Alright. Ich hoffe, das geht sich aus hier. Ähm, okay, es ist, Enderium habe ich jetzt 2, 2, 2, so. Passt perfekt. Eisen, habe ich noch ein bisschen was, was ich verkaufen kann. Hier so ein bisschen Geld. Äh, genau, 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 so. Das heißt, hier Ranch brauche ich zum Öffnen hier, so, perfekt. Äh, so, bam, bam, bam. Und, äh, so, warte, Dings brauche ich noch, die Blöcke hier, so. Äh, das heißt, ich, äh, genau. Ich kaufe jetzt die ganzen Sachen wieder. Und ich, äh, gehe wieder, äh, ich kaufe wieder die ganzen Sachen. Also, ich kaufe jetzt ein Flugzeug, mache das auf. Und nachher, ähm, äh, wo ist mein Essen? Ich habe gar nicht mehr so viel Essen hier. Äh, und nachher mache ich wieder Dings, okay. Mal schauen, ich weiß nicht, wo Flo Perplexity herbekommen hat. Aber ich glaube, hier ist jetzt keiner mehr. Alles klar. Okay. Äh, so, bam, bam. So, mit dem Geld kaufe ich jetzt wieder Flugzeug. Hoffentlich ist sie keiner. Alles klar. Okay, 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 okay. So, äh, danke für dein Geld, mein Freund. Wer? Hä, war das nicht gerade? Nee, hat nicht meins genommen. Äh, so. Äh, plane. Okay, ich muss noch ein bisschen Dings aufbauen. Äh, äh, so. Äh, ba, 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 sportsplane. Ich weiß nicht genau, wie viel Geld ich hier rauskriege. Aber es ist auf jeden Fall Viel zu viel Also eigentlich Es ist cool, wenn es so viel ist, ja So Machen wir noch Sparse Plane Komm jetzt, glaube ich, ein paar Sparse Plane Sammeln das Geld an Und nachher auch, glaube ich, mit dem ganzen Hier richtig viele Dings So Bam, 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 bam So, perfekt, perfekt, perfekt Leute, die Strat ist halt so gut So Okay, jetzt habe ich nur mal ein paar Dings bekommen So, perfekt So Ich weiß nicht, wie viel bekomme ich jetzt eigentlich Wow, Fro ist hier Wow, der hat mich gerade erschrocken Äh, so Äh Es soll weggehen, es soll weggehen, es soll weggehen So, das heißt, so Es soll weggehen, es soll weggehen Böse Oh Oh, oh, er will nur traden, okay Schreibt er, er will nur traden Ein Full Enderumrüstung Easy ist da Okay, warte mal Will nur traden Ich will auch nur traden Lass mich traden Ganz kurz Alle sind da Oh nein Okay, sie will, glaube ich, traden Wow Oh nein Ist die Falle, glaube ich Oh, oh Das war Dings die Falle, oder? Oh, ich bin richtig schlecht mittlerweile Was Dings auch? Enderum Okay, warte mal Ich kaufe mal wieder ein Enderum Ich weiß aber nicht, ob es nachher wieder ausgeht Okay, pass, pass, pass Was hat er sie für ein Schwert, bitte? Okay Äh, so, so, so Bam, bam, bam Bam, bam, bam Doch, wir sind safe im Prophet immer Okay, wir sind, äh, wir arbeiten langsam, aber stark hin Okay Äh, so Okay, ist Tops Okay, äh, er ist wieder weg Oh Äh, okay, was hat der bitte? Alles klar Äh, so, ähm, bam Wieder ein Sportplane Perfekt, perfekt, perfekt Okay Okay, mal, ich mach Und das Sportplane wieder auf Hier, so Äh, so Perfekt, 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 Leute Okay, fünf Minuten Ich glaub noch ein paar, paar, paar Minuten noch So Perfekt, perfekt, perfekt Nice, wieder Items Perfekt Und die kaufen wieder Leute, langsam, aber sicher machen wir uns, äh, auf den Weg hier, äh, hier rauf, ja Okay Oh, was hat der Oh Nein, ich hab ein Herz Oh, oh Ich bin, ich hab ein Herz Oh mein Gott, Leute Oh mein Gott, Leute Ich hab ein Herz Oh mein Gott, okay Er, er verfolgt mich, er verfolgt mich, er verfolgt mich Okay, jetzt nicht vom Fallschaden sterben Oh mein Gott, ich war fast an Fallschaden gestorben Okay, Leute, ich bau mich jetzt einfach hier irgendwo ein So, passt perfekt Okay, okay Okay, ich bleib hier Oh mein Gott, Leute Oh mein Gott, ich hab ein Herz Okay, Flo ist, ich, Flo ist sehr gut Ein Moment bis zum Folgen, Ende Ich glaub nicht, dass Flo mich gefolgt hat Okay Oh mein Gott Oh mein Gott, war das knapp Ich hab ein Herz gehabt Rache kommt noch Oh mein Gott, Leute Oh mein Gott, aber die Taktik Ich hätte die Taktik viel früher machen sollen, Leute Dann hätte ich vielleicht, äh, noch geschafft Hier, wo ist denn die Schalkerbox Okay Okay, wir haben, wir haben immerhin ein bisschen, äh, Dings Wir müssen noch ein paar Mal machen Ich glaub nächste Folge oder so Und nachher, äh, haben wir, glaub ich, Enderium Chestplate oder so Alles klar Oh nein, hier ist Easy oder so Ist Easy Ich, 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 ich könnte sie überraschen Okay, da vorne ist Easy Oh mein Gott, wie sind die jetzt hergekommen Warte mal Äh, warte, ich wüsste mal, Easy Ich kann nicht sehen Warte, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie Liked unbedingt. 60% von euch haben noch nicht abonniert. Lasst ein Like da. Und aktiviert die Klaue her. Und tschau.